Ich suche Miss Eve Tuse. Ja, versuchen Sie es da hinten. Danke sehr. Wer von Ihnen, meine Herren, würde sich die Ehre geben, mir zu helfen und mir ein Flugzeug zu leihen? Die Royal Air Force wäre entzückt Ihnen einfach. Könnte ich einen Moment mit dir reden? Entschuldigen Sie mich, Charlie. Also gut, Linas, willst du? Du musst mir versprechen, zu niemandem ein Wort zu sagen, vor allem nicht zu meinem Mann. Du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst. Versprich es. Du hast mein Wort. Ich fürchte, das reicht nicht. Ich verspreche es. Okay. Zwei Meilen nordöstlich von der Stadt an der Straße nach Djanpur findest du einen Flughafen. Frage nach O'Malley. Er ist so etwas wie ein Kriegsheld. Auf jeden Fall gibt er jetzt Flugunterricht. Nennst du das jetzt so, Schätzchen? Meine Lippen sind versiegelt. Ich danke dir. Wenn es dringend ist, findest du ihn jede Nacht im Blue Nile Club. Du wirst ihn nicht verfehlen. Dunkles Haar, dunkle Augen, ungefähr ein Meter neun. Hört sich richtig.